Hallo und herzlich willkommen hier beim Tele-Stammtisch. Heute sind wir wieder mit einer Filmkritik beschäftigt. Und ich würde sagen, der Film, den wir heute besprechen, ist der beste Beweis dafür, dass wir definitiv auch Experimente eingehen und uns auch mal an neue Sachen wagen. Denn mit On the Milky Road vom Regisseur Emil Kusturica haben wir uns heute einen serbischen Film angeschaut, der in Serbien spielt. Und nun ja, er deckt sich nicht unbedingt mit meinen sonstigen Gewohnheiten. Wann wollen wir uns beide mal unterhalten, so von Frau zu Mann? Halt ein, du altes Ungeheuer! Du bist du gewesen, Costa, mein Held! Schönes Weib ist das. An der wird mein Jager seine Freude haben. Ich bin Costa. Und du? Ich bin nicht mehr die, die ich einst war. Na wunderbar. Hey! Die halbe Milch ist noch da! Und am Samstag, da gibt es eine Doppelhauchzeit. Zum Teufel mit dir und allen Bräuten. Ich heirate Costa und die Brautheil bei den Jager. Ich habe eine Italienerin gefunden. Fast neuwertig. Costa! Lass mich. Das hat doch keinen Sinn. Du dämlicher Kerl. Das Einzige, was Sinn hat, ist jemanden zu lieben. Was auch passiert. Er ist völlig durchgeknallt. Der ist nicht durchgeknallt, du dämlicher Esel. Der ist verliebt. Tja, was soll man da machen? Sie ist ersinnig schön. Sie sieht genauso aus wie ich noch, voll ein paar Jährchen. Geh nur, Freund. Geh immer in Richtung der Liebe. Du schaffst es! Du wachst! Und der gute Film ist ab 16 Jahren freigegeben. Offiziell eine Komödie. Geht 125 Minuten. Und ist bereits im Jahr 2016 erschienen. Er kommt demnächst auch auf DVD und Blu-Ray in die heimischen Wohnzimmer. Und nun hatten wir eben die Möglichkeit, uns den Film mal anzuschauen. Und ja, ich habe mir heute ein bisschen Verstärkung dazu geholt. Denn hier sitzt meine Lieblingsfreundin neben mir. Hi Schatz. Hallo. Und ja, wir sind da sicherlich jetzt nicht so in der Lage, den Film in seiner Gänze wiederzugeben. Was auch wahnsinnig schwierig ist. Denn obwohl hier offiziell eigentlich eine Komödie ist, ist es vielleicht doch eher so ein Kriegsdrama. Und es gibt auch sehr absurde Sachen. Von was reden wir hier eigentlich? Wir reden also von einem Film, der da auch verschiedene Hauptdarsteller hat. Hauptcharakter im Film sind im Wesentlichen zwei Protagonisten. Das ist zum einen eben auch der Regisseur, eben auch Kosturica, der hier vermutlich A, komplett anders ausgesprochen wird, als ich das die ganze Zeit tue. Und B, hier eben auch der Hauptdarsteller ist, er spielt den Costa in diesem Film. Und der Costa, der ist eigentlich Milchmann. Und der bringt quasi die Milch, die Handlung spielt in Serbien, und er bringt quasi Milch von hinter der Front an die Front. Sodass die Soldaten an der Front da eben was zu essen haben. Und da holt er quasi bei so einem Milchbauern die Milch ab. Und bringt die eben zu den Soldaten. Und aus irgendwelchen Gründen passiert mir dabei auch nichts. Er kriegt nie einen Schuss ab. Er ist da eigentlich irgendwie super safe die ganze Zeit. Und reitet da auf seinem Esel hin und her. Und das alles total knorke. Und im weiteren Verlauf des Films kommt eben noch eine zweite Person dazu. Der zweite große Hauptcharakter, gespielt von der fabelhaften. Monika Bellucci. Und Monika Bellucci kennt man aus ganz vielen Filmen. Also ich habe sie tatsächlich zuletzt gesehen in, ja, in 007 Spectre, genau. Oder hat auch in der Matrix-Teilogie, hat sie auch mitgespielt. Und, ja, also sie kriegt da eben auch eine große Rolle. Und, also, ich will jetzt die Handlung gar nicht so groß detailverliebt erzählen, aber ich fasse mal kurz zusammen. Es geht quasi dann darum, dass sie soll quasi verheiratet werden mit einem General. Dieser General hat Zaga, genau. Sehr gut, danke. Und der hat wiederum noch eine Schwester. Und die Schwester, die soll mit Costa verheiratet werden. Wir haben also hier eine lustige Doppelhochzeit. Das ist aber, wie, also das Ganze ist eben nicht eigentlich nur eine Komödie, so wie das der Trailer zum Beispiel auch suggeriert. Sondern eigentlich haben wir hier ein Kriegstrama. Das ist grundsätzlich eben ein Kriegsgebiet. Spielt das alles in einer kriegerischen Zeit einfach. Das ist eine Auseinandersetzung. Da ist Serbien eben, das Ganze entwickelt sich zu einer riesen Flucht. Es gibt, es gibt einiges an Blut. Es gibt viele Absurditäten und ich würde sagen, der Film ist ein Beispiel für etwas, ein sehr groteske, äh, für die Groteske. Mein Schatz, jetzt sag uns doch mal mit deinen Worten, wie dir der Film gefallen hat. Okay, also man kann ja, also wollen wir einfach ein paar Themen durchgehen? Ja, ja, auf jeden Fall. Dann sag mal ein Stichwort. Naja, fangen wir doch mal mit der Handlung an. Findest du, haben wir eine klare, strukturierte Handlung, der wir folgen können? Oder haben wir vielleicht einfach nur einander gereihte Szenen, wo einer nichts mit der anderen zu tun hat? Oder, ja, wie findest du die Handlung? Kann man die... Okay, also es gibt schon eine Geschichte, aber es gibt auch sehr viele Nebengeschichten. Also zum Beispiel ist die Haupthandlung schon, dass der Koster eigentlich immer zwischen dem Kriegsgebiet und dem Bauernhof hin und her reitet auf seinem Esel. Und er hat manchmal so einen Falken dabei und manchmal auch nicht. Und dann gibt es so Nebenhandlungen, wo zum Beispiel an einem Tag ihm Milch ausläuft und dann dringt die Schlange so eine Pfütze voll Milch leer. Oder dann schießt die Oma auf die Kirchturmuhr vom Bauernhof und die reiten auf irgendwelchen Zeigern die Uhr hoch und schneiden sich da die Hand auf. Und was gibt es noch für Beispiele, was komisch ist, denn... Gut, man merkt schon, das klingt jetzt erstmal alles ein bisschen absurd. Was erzählst du dir eigentlich? Also die Handlung hat oft nichts mit dem Thema zu tun, finde ich. Also es gibt viele Szenen, die einfach nichts zur Sache beitragen, wo man sich danach denkt, was soll das jetzt heißen oder warum wird das gezeigt? Ich hatte auch ehrlich gesagt Schwierigkeiten damit, die Hauptdarsteller ein bisschen auseinanderzuhalten, weil sich die Monika Bellucci und eine andere Italienerin sehr ähneln. Ist die auch Italiener ähneln? Nee, ich glaube nicht. Die heißt Sloboda Mikalovic oder so. Klingt jetzt eher nicht nach Italiener. Nee, hast recht. Aber die zwei Damen ähneln sich sehr und mir war jetzt nicht klar, dass sich der Koster unsterblich in die Milena verliebt. Warum überhaupt und so. Genau und also nach dem ersten Treffen sah das jetzt nicht aus, als würden wir sich unsterblich ineinander verlieben. Ja, wir müssen jetzt auch mal zu unserer Entschuldigung sagen, dass wir den Film in der serbischen Originalausgabe gesehen haben. Ja, mit deutschen Untertiteln. Mit deutschen Untertiteln. Die wirklich immer korrekt waren. Die uns freundlicherweise da zur Verfügung gestellt worden sind vom Verleih Weltkino. Und ja, es ist eben ein internationaler Film, der jetzt unter Umständen unseren deutschen oder sagen wir mal westlichen Sehgewohnheiten jetzt nicht so entspricht. Und ja, du hast schon recht, wir haben eine ganze Handvoll, also auch an lustigen Szenen, aber auf eine absurd lustige Art und Weise. Es wirkt ein bisschen wie Slapstick. Es ist viel dabei, dass man vielleicht super lustig findet, wenn man halt diese Art von Filmen, diesen Art von Humor, der da transportiert wird, wenn man den vielleicht kennt. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht so richtig zerbastelt. Bin mir aber, wie gesagt, auch nicht sicher, ob der Film eigentlich durchgängig als Komödie eigentlich konzipiert gewesen ist. Er hat zum Beispiel auch, das wird eigentlich schon in der ersten Szene klar, wo wir eine quasi Schlachtung eines, ich glaube es wird ein Schwein geschlachtet, mitbekommen, dass es dann plötzlich ganz viel Blut auf den zu sehen und dann in so einer Badewanne fliegen da irgendwelche Gänsereien und dann spritzt da überall Blut. Und ich kann so viel sagen, das Finale ist dann dem Grunde nach auch wieder ein sehr blutiges, auch ungeeignet für Tierfreunde, möchte ich mal sagen. Und also das ist schon auch viel zu Blut dabei. Es sterben natürlich auch eine Menge Leute, denn wir haben ja hier, was man da sieht, das ist wie gesagt eher so ein Kriegsfilm, und der vielleicht irgendwie so Interpretationsansätze dafür gibt, ja das Leid im Krieg und die Zerrissenheit von jetzt Familien vielleicht auch zu zeigen. Also das ist vielleicht auch ein bisschen irgendwie eine Aufarbeitung von Kriegsgeschehen, das da durch das Blut vielleicht irgendwie auch ein bisschen transportiert werden könnte, sollte. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Na gut, also wir haben ja hier nun offensichtlich die eine, die von quasi ihrem Mann flieht, Ex-Wand flieht, und wir haben ja dann diesen komischen General, der sie jetzt da plötzlich quasi heiraten will, weil er sieht sie aber glaube ich mehr als so eine Art, ja, weiß nicht, Frischfleisch zu sein. Also ein Prima-Harem. Aber gut, und warum Zerrissenheit? Also weil ich halt einfach, da sterben halt quasi auch liebgewordene Familienmitglieder in diesem Film, ja. Und das ist halt einfach, ja, das ist also wie gesagt teilweise auch sehr brutal. Ich denke, da ist so ein bisschen Verarbeitungsprozess auch mit drin in diesem Film, das muss man ihm dann schon noch anrechnen. Und wie gesagt, ist sehr blutig. Ja, die ganze Verhandlung, also da, es geht im Wesentlichen in der ersten Hälfte des Films darum, dass die beiden Charaktere sich so ein bisschen kennenlernen, vorgestellt werden, dass da diese Doppelhochzeit angebahnt wird. Aber auch die ist total absurd, weil das so komplett spontan und die Frau sagt zum Mann, ja, ich heirate dich morgen. Also da hat auch überhaupt nichts Romantisches und es ist auch unklar, warum jetzt auf einmal spontane Doppelhochzeit gemacht werden soll, wo sich das zweite Ehepaar noch nie gesehen hat und es ist alles so... Ja gut, er hat sich ja quasi seine Frau nach seinen Wünschen von diesen Menschenhändlern, die wir da zu Beginn des Films sehen, quasi bestellt, wenn man so will. Die haben sie offensichtlich irgendwie einkassiert oder irgendwo abgeholt und die ist jetzt quasi, wenn man so will, aus dem Katalog, spricht seinen Vorstellungen. Also das ist schon der Hintergrund. Ja, und dann bahnt sich diese Doppelhochzeit an. Es gibt aber eigentlich schon die ganze Zeit Anzeichen dafür, dass Costa ein bisschen hin und her gerissen ist, ob er nicht vielleicht doch die von Monika Bellucci gespielte Figur auch liebt oder vielleicht sogar eher liebt. Und, ähm, naja, sagen wir es mal so, die Hochzeit findet so in der Form, wie sie angesagt war, nicht statt. Und es entwickelt sich eigentlich in der zweiten Hälfte des Films dann so eine Art Roadtrip. Die sind also zu zweit die ganze Zeit unterwegs, quer durchs Land, im wahrsten Sinne des Wortes über Stock und Stein, durch Flüsse. Es ist einfach eine Flucht, ja. Und, ähm... Jetzt spoilerst du aber... Ja, ich hab ja nicht, ich weiß ja, ich hab ja nicht erzählt, warum man flüchtet, von wem und wohin. So viel möchte ich den Zuschauern und Zuhörern da jetzt noch gönnen, sich das selbst zu geben. Na, sei es drum, es entwickelt sich halt so ein Roadtrip und das ist halt auch, naja, jetzt nicht nur gelungen, da wird viel versucht, künstlerisch wertvolles Bildmaterial zu produzieren, was aus meiner Sicht im Regelfall aber nicht funktioniert. Es ist ganz viel Hohl einfach nur oder Füllwerk, was der Film an der einen Stelle mit extremen, er hat einfach sehr viele Längen, also es gibt ganz oft so Sachen, es passiert so zwei, drei, vier Minuten einfach irgendwie gefühlt gar nichts, also es ist einfach sehr ruhiges Bewegtbild, das da vielleicht von den Bildern leben soll, was teilweise übrigens auch ganz gut funktioniert, dann haben wir generell, finde ich, eine schöne Landschaft da, also ein bisschen schöne Landschaftsaufnahmen Serbiens. haben wir dann diese Szenen, auf der anderen Seite haben wir dann diese ganz krassen, absurden Szenen, wo ich irgendwie das eine, das passt für mich vieles nicht zusammen und fühlt sich nicht harmonisch an, ja, also es gibt natürlich auch brutale Szenen, die dann aber wieder auch mit einem gewissen Slapstick irgendwie verbunden sind, mit einem gewissen Humor, den ich so in der Form einfach, also ich habe den Zugang dazu nicht gefunden. Das war alles ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, hast du in dem Film großartig lachen müssen, mal an irgendeiner Stelle? Nicht wirklich. Also ich fand auch den Humor teilweise komisch. Zum Beispiel sind die beiden in einem Haus und küssen sich und plötzlich klappt das Haus nach allen vier Seiten auseinander und man denkt sich einfach nur so, hä, warum? Oder? Diese Szene sieht man übrigens auch im Trailer, den verlinke ich euch. Ich darf die, ich könnte die, doch, den kann ich hier glaube ich sogar reinpacken. Also man sieht auf jeden Fall im Trailer, schaut den euch mal an. Der suggeriert aber, dass ein einfach nur aneinandergereihte, geile, lustige Szenen, die auch in diesem schnellen Schnitt viel eher dementsprechend, was wir heutzutage von Komödien erwarten, das hat effektiv nichts mit dem Film zu tun. Der Trailer hat nichts mit dem Film zu tun. Also ich fand den Trailer noch, ja, kann man sich mal anschauen so, aber der Film ist komplett anders. Also er ist viel grausamer und auch irgendwie sehr traurig, fand ich. Und sehr brutal. Und ja, die feiern fest und plötzlich zieht einer eine Waffe und erschießt da jemanden. Also es ist schon, ja, komisch. Also mein Film war es ehrlich gesagt nicht. Und ja, also der Trailer ist das Beste am Film. Hattest du denn das Gefühl, er kann dir so ein bisschen die selbische Kultur nahe bringen? Nicht unbedingt. Also es ging ja eher um Krieg. Und ich weiß nicht, ob da viel selbische Kultur dabei war. Also was halt so man wahrscheinlich klischeehaft erwartet, ist dieses Trinkverhalten. Also da gibt es halt dieses Fest, wo eine Frau wirklich einen Shot nach dem anderen trinkt. Aber außer der Musik fand ich jetzt nicht viel selbische Kultur dabei. Und du? Nun ja, gerade diese Musik, die ist ja teilweise vom Text her, spricht ja auch viel von Befreiung und vom Kampf wiederum. Ich glaube, wenn ich mich jetzt geschichtlich hier ein bisschen auskennen würde und wüsste so ungefähr, worum es eigentlich geht, also quasi zu welcher Zeit er spielt und was für ein Krieg das genau ist, wer gegen wen, dann hätte ich da vielleicht einen größeren Bezug zu und könnte auch nachvollziehen, was die genau in diesem Song singen. Wie gesagt, wir haben jetzt die deutschen Untertitel dazu gehabt und das im Original gehört. Das sind so Befreiungslieder halt. Und ich glaube, da ging es um den großen Unterdrücker oder so. Das ist dann schon, sage ich mal, vielleicht ein Einstieg, wenn man es interessant fand, sich dann da eher noch mit zu beschäftigen. Das hat bei mir leider nicht funktioniert. Ja gut, gesoffen wird viel. Teilweise sieht es auch ein bisschen, es ist halt einfach ein Kriegsgebiet. Also ich meine gerade dieses, keine Ahnung, wir haben da dieses medizinische Zelt, in dem die beiden Ladies zwischenzeitlich mal liegen. Ich habe mich ein bisschen an Mesh erinnert, die Serie Mesh, wenn ihr die kennt da draußen. Also das hat mich daran erinnert, dann haben wir da auch ganz viele Landschaftsaufnahmen. Also die sind dann, wie gesagt, die zweite Hälfte des Films eigentlich nur noch draußen unterwegs und das ist halt dann doch irgendwie einfach nur, ja, ein bisschen kahl alles. Na, nicht so geil. Musik wiederum fand ich insgesamt schön, also das war eigentlich ganz toll. Ich finde, das kommt auch mit dem Trailer ein bisschen durch. Das ist eine nette Musik, also das könnte ich mir abends bei so einem Restaurant oder so zum Beispiel auch vorstellen, also beim Essen jetzt nebenbei oder so. Ich würde es mir jetzt nicht auf Spotify anmachen und dabei eine Runde im Auto fahren, aber ist schon irgendwie sowieso ganz nett. Der Film geht, wie gesagt, 125 Minuten, ehrlicherweise muss man sagen, er fühlt sich an wie drei Stunden. Das stimmt. Also wir haben den auch nicht ununterbrochen geguckt, wir haben den auch zweimal unterbrochen und auch so ein bisschen resigniert. Also wir sind alles andere als gut unterhalten gewesen. Und ja, insofern, weiß nicht, können wir hier vielleicht eigentlich auch schon mal ein Fazit ziehen, würde ich sagen. Fangen wir doch mal positiv an. Wem würdest du diesen Film denn empfehlen? Leute, die viel Zeit haben, die sich für Kriegshilme interessieren, wahrscheinlich die sich für serbische Landschaftsaufnahmen interessieren und generell komplizierte Geschichten oder nicht kompliziert, aber Geschichten, die ein paar Lücken, Logiklücken aufweisen, über die man dann großzügig hinweg sieht. Und also ich muss sagen, ich habe gerade nicht so viel Zeit und wenn ich Freizeit habe, dann schalte ich eigentlich am liebsten ab. Deshalb ist meine Empfehlung oder Nicht-Empfehlung wahrscheinlich auch nicht besonders objektiv, aber subjektiv würde ich es mir jetzt kein zweites Mal anschauen und auch nicht unbedingt weiterempfehlen. Ja, also es ist wie gesagt ein Film, der viel mit dem Surrealen spielt, der die Schauwerte auch blöd verteilt. Also wie gesagt, ich finde die Landschaftsaufnahmen, damit kann man mich immer ein bisschen kriegen. Ich finde das toll, wenn du da halt einfach keine Ahnung Berge siehst, Regionen siehst, die du vielleicht jetzt selbst noch nicht bereist hast. Das macht schon Spaß. Es geht um diesen Bosnienkrieg. Das ist halt eine Thematik, mit der ich jetzt auch noch nicht so viel zu tun hatte. Das ist dann auch mal was Neues. Das ist schon gut. Aber es gibt einfach jede Menge Sachen, die super anstrengend sind. Keine Ahnung, beispielsweise CGI. Es gibt eine Szene, da ist eine animierte Schlange. Es gibt zwei Szenen, genau genommen, aber das sieht einfach kacke aus. Das sieht einfach kacke aus. Und dann ist es ich jetzt echt lieber weggelassen. Oder eine Szene, wo beide einen Wasserfall runterstürzen. Und das sieht aus wie in so einem billigen Bollywood-Film. Da stört sie, also man sieht quasi die Kameraeinstellung von oben. Er wirbelt so ein bisschen um sich rum und dann wirbelt sie plötzlich neben ihm und dann wirbeln sie aufeinander zu und nehmen sich in die Arme. Das sieht super peinlich aus. Also das hätte ich wirklich weggelassen. Oder wenn gefährliche, also wenn Szenen, die eine gewisse Spannung aufbauen, damit aufgelöst werden, dass plötzlich beide in den Himmel entschwinden. Zack, Schnitt, neue Szene. Alles ist wieder sehr nichts gewesen, sind wieder am Boden. Das sieht einfach kacke aus. Das ist unschön. Das macht mir keinen Spaß. Ich fand es wirklich anstrengend zu gucken in dem Zusammenhang, sodass ich da von meiner Seite aus jetzt keine Empfehlung für geben kann. So leid es mir auch tut, ich weiß, dass der Hauptdarsteller und Regisseur, Emil Kustorica, dass der auch Preise bekommen hat, dass der gute Arbeiten abliefert. Ich weiß nicht, wie diese Arbeiten gewesen sind, aber wenn sie sind wie On the Milky Road, dann kann ich es nicht nachvollziehen. Wir vergeben bei uns ja immer auch so Punkte. Zwischen 1 und 5. 5 ist schon sehr fantastisch, bis ein Meisterwerk. Und ja, du kannst auch 0 Punkte vergeben für Totalausfall. So aus dem Bauch raus, was würdest du sagen, wie viele Punkte können wir dem Film geben? Möchtest du das wirklich wissen? Ja, ja. Ich bin aber sehr hart in Kritik. Also ich glaube, ich würde dem Film glatt 0 Punkte geben. Gleich 0 Punkte. Oder vielleicht 1. Ja, also ich fand, die schauspielerischen Leistungen waren schon gut. Aber mir hat der Film echt nicht gefallen, ehrlich gesagt. Ja. Tatsächlich ist es, also ich finde, ich finde 0 ist schon, es ist sehr hart jetzt. Da würde ich nicht gehen, aber er ist definitiv unterdurchschnittlich und zwar in fast allen Belangen, bis auf die schauspielerische Leistung der Hauptdarsteller. ich weiß nicht, warum Monika Belucci da mitgespielt hat. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das mal so ein Experiment war, das sie mal brauchte. Ich glaube, ich habe ein Interview mit ihr gesehen, da sie sagte, sie wolle ihr serbisch aufbessern. Ich weiß nicht, ob man das als Schauspielerin heute braucht, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Weg. Also bei mir, ich komme wohl bei, naja, also sehen wir es mal positiv, wegen der schönen Landschaftsaufnahmen, bei 2 von 5 Punkten raus. und ja, kann den Film aber letzten Endes auch nicht empfehlen. Ja, aber ihr da draußen habt natürlich die Möglichkeit, uns da völlig vom Gegenteil zu überzeugen und uns mal zu erklären, warum wir jetzt komplett falsch liegen und warum das eigentlich ein Meisterwerk ist, das wir hier bloß in seiner Form nicht zu schätzen wissen. Ihr könnt gerne vorbeikommen auf Facebook, auf Twitter oder seit neuestem auch auf Instagram und da uns mal kommentieren unter der Folge, warum ihr den Film wie fandet oder eben auch, warum wir vielleicht was nicht gerafft haben. Ihr könnt uns auch gerne überall abonnieren, ihr wisst ja, wie das läuft und natürlich könnt ihr auch den Tele-Stammtisch in euren Podcatcher adden und dann regelmäßig erfahren, wenn es neue Ausgaben gibt. Wir machen bei uns ja nicht nur Filmkritiken, wir machen auch diverse Interview-Specials. Wir haben ja auch einmal im Monat die reguläre Tele-Stammtisch-Ausgabe, wo ein jeder da draußen teilnehmen kann wir quatschen über Hobbys, denn wir sind ein Hobby-Podcast und ja, hört einfach mal rein, abonniert uns, liked uns, favorisiert uns und gehabt euch wohl da draußen. Vielen Dank fürs Mitmachen, mein Schatz. Tschüssi. Tschüss.